1848 erfasste eine revolutionäre Welle große Teil Europas. Gekämpft wurde für Freiheitsrechte, eine Verfassung, einen Nationalstaat und soziale Gerechtigkeit. Berlin war neben Paris und Wien einer der Hauptschauplätze der damaligen Geschehnisse, die sich in diesem Jahr, 2023, zum 175. Mal jählen. Ein Anlass, sich intensiver mit diesen für die deutsche Demokratiegeschichte so bedeutenden Ereignissen zu befassen. In meiner Serie von Videos zur Geschichte Berlins möchte ich daher mit mehreren Beiträgen darauf eingehen. Dieses erste Video zur Vorgeschichte schließt an meinem Video zur Geschichte Berlins bis 1840 an und auch das Video zum Brandenburger Tor zur Zeit Napoleons beschäftigt sich mit der Zeit. Aber schauen wir uns nun die Vorgeschichte genauer an. Große Veränderungen in Europa hatten schon mit der Französischen Revolution von 1789 und der anschließenden Herrschaft Napoleons über Europa begründet. In Preußen zwangen die vernichtenden Niederlagen gegen die Heere Napoleons König Friedrich Wilhelm III. zu Reformen, die seine Minister Karl Freiherr vom Stein und Karl August von Hardenberg als Revolution von oben einleiteten. Dazu gehörten die Gleichstellung der Bürger, eine neue Städteordnung mit einer Selbstverwaltung der Städte durch gewählte Volksvertreter, die Neuordnung der Staatsverwaltung durch verantwortliche Fachminister, die Einführung der Gewerbefreiheit, das Ende der Leibeigenschaft der Bauern und die Gleichberechtigung der Juden. Weiterhin gab es eine Bildungsreform und eine Reform des Heeres. Damit war die Grundlage für einen Wandel Preußens vom absolutistischen Stände- und Agrarstaat zum aufgeklärten National- und Industriestaat gelegt, auch wenn sich dieser Wandel zunächst nur sehr langsam vollzog. In dem Befreiungskrieg gegen Napoleon bildete sich ein deutsches Nationalbewusstsein und damit der Wunsch nach einem Nationalstaat anstelle vieler Fürsten und Königtümer heraus. Viele Deutsche, insbesondere die Jüngeren, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld riskiert hatten, erwarteten nun auch eine innere Befreiung von den feudalen und absolutistischen Strukturen und eine Verfassung. Beim Wiener Kongress 1815 berieten, unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst Clemens von Metternich, politisch bevollmächtigte Vertreter aus rund 200 europäischen Staaten, Herrschaften, Körperschaften und Städten, eine Neuordnung Europas. Was die Gestaltung der inneren staatlichen Zustände angeht, war der Kongress rückwärts gewandt und stand allen revolutionären, liberalen und nationalen Bestrebungen ablehnend gegenüber. Für die deutschen Staaten war die Schaffung des Deutschen Bundes das zentrale Ergebnis des Kongresses. Der Deutsche Bund war aber in den Augen vieler Zeitgenossen primär ein Instrument zur Unterdruckung nationaler und liberaler Bewegungen. Allerdings wurde für den Deutschen Bund auch festgelegt, dass seine 41 Mitgliedstaaten, landständische Verfassungen, erlassen sollten. Solche frühkonstitutionellen Verfassungen wurden in den Folgejahren in mehreren deutschen Kleinstaaten vereinbart, doch Österreich und Preußen, die beiden Großmächte an der Spitze des Deutschen Bundes, verweigerten sich der Verfassungsbewegung. Die liberalen bürgerlichen Bewegungen ließen sich dadurch nicht ausschalten. So feierte die Deutsche Einheits- und Freiheitsbewegung das Wartburg-Fest am 18. Oktober 1817. Das Fest wurde von der 1815 an der Universität Jena gegründeten ersten studentischen Burschenschaft organisiert. Etwa 500 Studenten von überwiegend evangelischen Universitäten und einige Jena-Professoren zogen von der Stadt Eisenach auf die Burg und forderten einen Nationalstaat und eine Verfassung unter dem Motto »Ehre, Freiheit, Vaterland«. Die Herrscher reagiert mit Bespitzelung und verstärkten Repressionen. 1819 wurden bei einem Treffen der einflussreichsten Staaten im Deutschen Bund die Karlsbader Beschlüsse erlassen. Burschenschaften wurden verboten, die Presse zensiert, Universitäten überwacht. Es gab Berufsverbote für Professoren. So herrschte in den 1820er Jahren eine Zeit der politischen Frittusruhe. 1832 versammelten sich dann etwa 20.000 bis 30.000 Menschen zum Hambacher Fest. Sie forderten Demokratie und schwenkten Fahnen in den Farben Schwarzrot und Gold. Dieses Treffen gilt als Höhepunkt bürgerlicher Opposition in der Zeit der Restauration und als Beginn des Vormärts. Erneut reagierten die restaurativen Kräfte im Deutschen Bund mit verschärften Verbotsmaßnahmen gegen politische Vereinigungen, öffentliche Kundgebungen und Volksversammlungen. Das Zeigen schwarz-rot-goldener Farben wurde verboten. Daraufhin gründeten die Menschen Vereine wie Turn- und Gesangsvereine, wo man sich zum Austausch treffen konnte. Man sang Lieder über ein einiges und freies Deutschland. So auch das Lied der Deutschen von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Basis unserer heutigen Nationalhymne. Mit den politischen Forderungen verbunden war der Wunsch nach gesellschaftlichen Veränderungen. Ein Bildungsbürgertum wuchs heran. Professoren, Ärzte, Apotheker, Anwälte, Studenten und so weiter wollten durch ihre Leistung nach oben kommen und wollten politische Verantwortung übernehmen. Der Liberalismus kam auf, der die Freiheit des Individuums, Menschenrechte, Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung sowie wirtschaftliche Freiheit forderte. 1840 war Friedrich Wilhelm IV. nach dem Tod seines Vaters König von Preußen geworden. Im liberalen und nationalen Lager war diese Thronbesteigung mit großen Erwartungen verknüpft, die der neue König in den ersten Monaten seiner Regentschaft durchaus erfüllte. Er führte einige Reformen durch und als eine der ersten Amtshandlungen benadigte er die von seinem Vater als Demagogen verfolgten Professoren und Studenten. Aus der Sicht des Königs sollte die Versöhnungspolitik das Vertrauen in ein mittelalterlich feudales Treueverhältnis zwischen preußischem Volk und Monarch wiederherstellen, womit die liberale Reformierung des Staates in Anlehnung an das konstitutionell-parlamentarische Modell Frankreichs überflüssig werden sollte. Die enge Verbundenheit zu seinem Volk leitete er vom Gottesgnadentum ab. Der König war überzeugt, dass die ihm von Gott verliehenen mystisch-transzendenten Kräfte intuitiv das Richtige tun lassen würden. Jede Einschränkung seiner de facto absolutistischen Macht erschien ihm als unverantwortliche Behinderung seiner gottgewollten Mission. Von einer Verfassung hielt er daran nichts, was er in dem Ausspruch »Zwischen mich und mein Volk passt kein Blatt«, also keine geschriebene Verfassung, zum Ausdruck brachte. Zu den politischen Forderungen gesellten sich Soziale. Die Bevölkerung in den deutschen Staaten war zwischen 1815 und 1845 20 auf 30 Millionen angewachsen. Es herrschte große Arbeitslosigkeit und Hunger. In den deutschen Städten gehörten zwischen 1815 und 1850 etwa 80 Prozent der Bevölkerung zur Unterschicht. Neben den freigesetzten Landarbeitern, die in Städte zogen, kam eine große Zahl an Handwerksgesellen und Meistern hinzu, die nach der Aufhebung der Zunftordnung zu Tagelöhnern und oft auch arbeitslosen Armen abgestiegen waren. In Berlin hatte sich die Bevölkerungszahl zwischen 1815 und 1848 von 200 auf 400.000 verdoppelt. Vor den Touren der Stadt entstanden Elendsviertel, in denen die Mehrzahl der Bewohner unter katastrophalen Sanitären sowie oft auch sittlichen Verhältnissen am Existenzminimum lebten. Zwar hatte die Frühindustrialisierung eingesetzt, aber aufkommende Unternehmen wie Börsig konnten auch nicht genügend Arbeiter beschäftigen, um die Arbeitslosigkeit zu mindern. In den 1840er Jahren nahmen die wirtschaftlichen Probleme weiter stark zu. Es kam zu Unruhen wie dem Weberaufstand in Oberschlesien 1844. Die Konkurrenz der Textilindustrie in England hatte hier zu einer weiteren Verelendung geführt. Hinzu kam in der Mitte der 1840er Jahre dramatische Hungerkrisen infolge des anhaltenden demografischen Wachstums und von gravierenden Missernten. In ganz Europa grassierte 1846-47 die Fäule von Kartoffeln, dem Hauptnahrungsmittel der ärmeren Bevölkerung, was zu einer Minderung der Ernte von bis zu 50 Prozent führte. Die Lebensmittelpreise stiegen stark und führten zu noch mehr Elend und Hunger. In Berlin kam es im April 1847 zu einer Hungerrevolte, die als Kartoffelrevolution bezeichnet wird. Zunächst wurden Marktstände attackiert, dann richtete sich die Revolte auch gegen die verbreiteten Betrugsmethoden der Berliner Bäckereien und Fleischereien. 45 Läden wurden gestürmt. Bis zu 10.000 Menschen sollen sich an den Unruhen beteiligt haben. Einen Tag später wurde die Revolte durch den Einsatz des Militärs beendet, 300 Aufständische verhaftet. Aus jenen Zeiten stammt das Hungerlied. Verehrter Herr und König, weißt du die schlimme Geschichte? Am Montag aßen wir wenig und am Dienstag aßen wir nicht. Und am Mittwoch mussten wir darben und am Donnerstag litten wir Not. Und ach, am Freitag starben wir fast den Hungertod. Drum lass am Samstag backen, das Brot fein säuberlich. Sonst werden wir sonntags packen und fressen, o König dich. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es also reichlich politische und wirtschaftliche Missstände. Die Unruhen, die sich daraus ergaben, konnten nicht länger durch Repressionen unterdrückt werden. Bei der Bekämpfung der sozialen Krise wirkte die preußische Regierung unfähig und verlor zunehmend in allen Bevölkerungsschichten an Vertrauen. Aus Sicht einer zunehmend verelenden Bevölkerung war die Obrigkeit nicht mehr fürsorglich, sondern eine strafende Instanz. Die politische Öffentlichkeit radikalisierte sich. Der Ruf nach parlamentarischer Teilhabe an der Politik, nach Presse, Gewissens- und Versammlungsfreiheit wurde nun von einem Großteil der Bevölkerung getragen. Die Situation war explosiv. Was folgte, war das Revolutionsjahr 1848, auf das ich in meinem nächsten Video eingehen werde. Bis dahin alles Gute und vielen Dank für die Unterstützung meines Kanals. Tschau.